mit dem video kommt es ja nicht an so gut rüber wie mit fotografien frage mich mal in was die sonne da gerade versinkt die war ja eben noch ziemlich sauber und dann ist sie da in diesem schmarrn versunken, was ich gerne mal wissen würde um was es sich da handelt das ist ja nun keine normale wolkenbank da wäre die sonne jetzt nämlich weg das ist irgendwas halbtransparent ich stelle da immer nur vermutungen an aber ich glaube so falsch können die nicht sein ansonsten hätte ich ja nicht die probleme die ich habe also das kann man ganz deutlich mal so feststellen ich sage nur radardeflektoren düppel hat man es früher genannt das kann man jetzt heute nicht mehr so nennen das ist eine ganz andere technologie das sind nicht mehr einfach nur lametta streifen diese vom himmel werfen aber wer sich interessiert wird darüber informationen finden jetzt kriegen wir wieder ein schickes gesicht hier keine sonne mit schnobert ne ne sonne mit augen und mund auch was schickes und ein hut auf na gut wir lassen das dabei mal gut sein es war ja glaube ich recht deutlich zu sehen wovon ich rede tschüss um und peace die timelapse kann man ja vergrößern da sieht man das auch alle paar fotos mache ich auch noch das wird für das archiv hier schon reichen für das kriegsverbrecher tribunal wenn es sowas denn mal geben wird irgendwann in der zukunft und wenn nicht dann ist auch real habe ich auf jeden fall mein karma in ordnung gebracht